Tältsch, ein kleines Städtchen im südlichen Teil der böhmisch-meerischen Höhe gelegen, hat seinen frühen neuzeitlichen Stadtkern mit seinen Renaissance- und Barockhäusern um den Marktplatz bis heute bewahren können. Seit 1992 gehört der Ort zum UNESCO-Weltkulturerbe. Werner Herzog hat 1978 seinen Wojciech mit dem unvergessenen Klaus Kinski hier gedreht. Im Jahr zuvor, 1977, sind in Tältscher Schloss Teile des Films Wie man Dornröschen wach küsst von Václav Vorlicek entstanden, dem neben drei Nüsse für Aschenbrödel desselben Regisseurs in Deutschland berühmtesten tschechischen Märchenfilmen. In der Galerie des Schlosses findet derzeit noch bis zum 31. Oktober 2013 eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit den Bahrandorf Filmstudios statt, bei der viele Requisiten wie Kostüme, Perücken und im Film verwendete Gegenstände, aber auch Seiten aus dem Drehbuch und vieles mehr gezeigt wird. Kurz, eine sehr interessante Ausstellung, die nicht nur für filmhistorisch Interessierte äußerst unterhaltsam ist. Wer also gerade in der Gegend unterwegs ist, unbedingt ansehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 «ZDF, 2020